Ja, kommt mal her. Hört! Oh! Noch einer? Nee. Gut. Dann, zack. Hier. Oh! Äh, da muss ich mal eben kurz gucken, dass ich da nicht... Stopp, 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 stopp. Ah, das ist immer noch Koffi 3. Äh, ha, ha, ha. Aha. Geht aber noch weiter. Ich lass es mal laufen, mal gucken. Dann schneide ich das raus, aber irgendwie ist hier... Ach, da. Da. So. Da ist es jetzt egal. Ähm, so. Da hin. Ich brauche noch ein Fernrohr. Dann mach ich das in der nächsten Folge erst, was ich eigentlich vorhatte. Weil ich... Jetzt auch nicht mehr so viel Zeit... Ist eigentlich kaum was passiert, ne? So. Und so. So. Hier ist immer noch... Ah ja, genau. Das kann ich ja erstmal hier weg machen. Genau, da muss ich das in der Seite machen. Ach. Hi. Ja, komm auch. Und so. Oh ja. Oh ja, was ich auch hier Almighty haben? Oh ja. Ja, ach. Ja, ach. Oh ja. What? Tod? Ach, schade. Kein Dings. Oh, das hätte jetzt was. Hätte er den gedroppt. Oh, das wäre so mega. Aber eine Nautido-Schale. Nice. Oh, ja. Ja, alter Fall, da hat er je. Viele, okay, schade. Das hätte er jetzt was gehabt. Vorhin wäre Glück 3 auf mein Dings oder auf mein Schwert oder... Ah, jetzt verschwinden die langsam. Hm, okay, gut. Dann wieder zurück. Erstmal. Genau, hier. Die Türen, die jetzt offen sind, ne? Die waren da offen. Einfach. Die zwei, ja, genau. War komisch. Ne, hier ist er nicht abgehauen. Weil das hier war nicht... Ah, Küper. Da. Wow. Alter, hast du den Augenwinkel noch gesehen. Ich will den nicht. So. Nein. Zack. Ähm, ja, gut. Äh, das ist eine Spinne. Ja, brauche ich jetzt erstmal nicht. Ach. Äh, dann mache ich mich mal fertig. Für das, was ich vorhabe. So. Wird ja auch wieder tag... Ah, ich packe das hier vorne rein. Hier oben, genau. So. Ähm, genau. Wollen wir jetzt mal ein wenig schütteln. Wie kann man jetzt nochmal... Irgendwo habe ich das. Ne, da, ne? Ein Fernrohr. Ah, ne, wir haben noch kein... Wir müssen mal in Gebiete nochmal reisen. Und das habe ich mich ja vor. Ähm. Die wir noch nie erkundet haben. Also neue Gebiete, wo ich dann auch... Oh, hier, Kupfer, genau. Oder hatten wir schon Kupfer? Da haben wir schon Kupfer. Braucht nur noch... Braucht nur noch... Ach, wir brauchen ja so eine Scherbe, ne? So einen Dingsbums. Genau. Aber mehr Kupfer brauchen wir auch generell. Genau, so. Da haben wir... Da, da, da. Da haben wir... Da, da. Brauche ich erstmal nicht. Spinnenaure und fermentierte Spinnenaure. Lass ich auch nochmal da. So, Nautino-Schale. Wollen wir dich? Da. Genau, den hatten wir ja bekommen, ne? Vom Bings. Let's down, stop. Na, stop. Na. Na, je, je, je. Gut. Ach ja. Na, so. Zack. Zack, zack. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich glaube, wir nehmen die mit, ne? Und dann werden wir auch... Äh, da, 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 da. Ich packe das erstmal hier rein. Zack, zack. Zack. So, und das... Und das brauche ich dann erstmal da, wo es hingehört. So. Und dann auch den... Den einen da. Da kommt er hin. So. Was brauche ich jetzt? Ich brauche jetzt. Ich brauche genügend. Ja, das nehme ich mir mit. Das auch auf jeden Fall. Die Erde brauche ich... Keinen Fall. Wasser einmal nämlich mit. Der hat noch... Ja, das muss zureichen. Hm. 69. Aber hier, wie soll der? Oh, Glück, 3, 2. Aber keinen effizienten. Halbke 3. 2,18. Da muss er nicht reichen, für das, was ich vorhabe, ne? Okay. Nein! Aber mit Behutsamkeit, ne? Ach. Nee! Wie kriegte man das jetzt nochmal hin? In der Auge. Nur mit Behutsamkeit, ne? Haben wir da eine? Oh, ich bin so ein... Ja. Ihr wisst, was ich meine. Da. Behutsamkeit. Nehmen wir dann auch nochmal mit. Äh. Da. Da. Ja, okay. Geht da noch. Tja. Da. Hä? Warte mal. Ein, ne? Genau. So, und dann die Acht. Und zack, da haben wir sie wieder. Gut. Zack. So, und dann bereite ich mich jetzt vor. Was brauchen wir noch eigentlich? Ah. Vorsichtshalber. Vorsichtshalber. Äh. Haben wir nicht? Haben wir nicht. Haben wir dann, ah ja, in unserem zweiten Dorf haben wir das ja genau. Namen steht nicht. Einen Sattel wollte ich mitnehmen. Ähm, ja. Wir reißen mich jetzt einfach schnell schon mal. Das mache ich dann schnell. Haben wir jetzt alles. Haben wir alles. Das haben wir. Ja, ich glaube. Äh, essen. Oh, nee. In unserem Dorf haben wir dann auch noch mal. Und Fackeln. Fackeln könnte ich noch mal aufstocken. Wo ich eigentlich nicht glaube, dass wir die brauchen. Ja. So. Gut. Dann werden wir jetzt mal in unser Dorf gehen. Ah, ich wollte noch verzaubern, ne? Das machen wir nochmal eben schnell. Das machen wir nochmal eben. Ganz. Habe ich da genügend, äh. Genügend Bücher. Und da bist du hartstie. Da bist du hartstie. Oh, Bücher. Ja, ja. Haben wir genügend. Haben wir auf jeden Fall. So, zack, zack. Federfall 4. Nice. Ist das wichtig? Ist mir eigentlich... Ah. Schärfe ist mir wichtiger. Schärfe 5. Aber warte mal. Können wir das nicht mit dem anderen zusammen kombinieren? Nimm ich das denn nicht. Und dann passt das nämlich auch schon wieder. Und Endlichkeit. Äh. Auf jeden Fall. Haben wir nicht... Stärke 5 oder sowas? Werden wir noch nicht oft... Schärfe. Wir haben noch nicht oft... Verzaubert, ne? Wir können gerne öfter verzaubern. Federfall. Ich nehm die Bücher mal mit. Ne, wir drüben haben wir keinen Verzauberstisch, ne? Und auch keine Bibliothek. Dann brauchen wir das auch nicht. Okay. Da haben wir alles gut. Äh. Zapp. Zack. Wum, 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 wum. So. Wieder überlänger, diese Folge? Ne. So, jetzt aber. Ja. Ah. Eui, 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 eui. Äh. Okay. Ich erinnere mich gar nicht. Boah, ey. Das ist laut, ne? So. Ich glaub, das lag aber an mir. Hey, da ist jetzt wiederum... Drei Eisenmänner, ey. Eisenmänner, da ist schon... Äh. Ihr wisst schon, was ich mein. Ich wollte das hier auch noch mal ein bisschen... Besser mal hier vor allen Dingen. Eindlich ein schönes Lied gerade. Äh. Ich hoffe, dass es... Oh. Wenn mich hier... Ein Enderman angreift, ne? Das ist nicht so schön. Oh. Okay. So, so, so. So, perfekt. Genau, so ein Teil möchte ich auch noch mal reiten. Äh. Ich glaube, wie kann man da nicht steuern? Ich kann nicht rechtsklicken machen? Nee, nur mit einem Sattel oder so, ne? So. Ja, egal. Ich hab... Ich hab nix Goldenes an. Uuuuuaah. Ich hab nix Goldenes an. Ich bin dann mal schnell weg hier. Äh, da und dann links halten, ne? Da, genau. Oder? Da. Und dann links halten. Oh, sind sehr viele Eisenmänner, sag ich schon wieder. Ah. Ich hab den Namen vergessen. Nee. Uiuiui. Äh, hier runter, genau. Genau. Hier hoch. Wow, das geht ja echt flott jetzt hier. Mittlerweile. Hier runter, hier links. Zickzack, ne? Genau. So. Oh, nee. Da wollen wir... Das wollen wir... Gar nicht. So ein Ghost. Gast. Eher gesagt. Hört sich an wie Gast. Du bist mein Gast. Drückchen in der Last. Hehe. Von, von, ja. Schön und das Biest, ne? Sei mein Gast. Sei mein Gast. Und so weiter. Kennt ihr vielleicht. Die... Zumindest die... Die 90er kennen. Kennen vielleicht die Original. Ich bin mich 90er Kind. Da habt ihr mal... Zumindest grob mein Alter schon mal... Na ja. So, so. Jetzt hier rüber, genau. Chub. Chub, chub. Ne, ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Ne, ne. Ich bin nicht da. Ne, ne, ich bin nicht da. Ne, ich hab' es geschafft. Ach genau. Und da, wo ich dann auch hin will, da können wir dann auch... Ähm. Ich hab' jetzt gar nicht geguckt, ob ich noch irgendwo... Äh. Obsidian habe. Weil da würd' ich dann auch nochmal ein Tor machen. Und das dann auch bis hierhin. Weil der Rückweg wird auch nicht einfach. Also, wir haben schon ein... Wie soll ich sagen? Ein... Einen großen Fußmarsch da vor uns. Durch das Verschwindens. Ach ja, stimmt. Der verschwindet ja. Effizienz. Meine Goldtücke brauchen wir aber so nicht. Da unser Pferd ja nicht mehr da ist, vielleicht finden wir ja ein neues auf dem Weg gleich. Schauen wir mal. Na, kommt schon. Ja. Schön, schön, schön. So. Wenn wir auch direkt mal schlafen gehen, dann kommen wir hier auch keine Phantome über Nacht. Ja. Dieses Dorf ausbauen, ja. Können wir irgendwann bald mal machen. Aber mir ist grad die Insel wichtiger, weil ich da gerade voll... Bock habe, Materialien zusammenzusammeln. So. Jetzt sind wir wieder... 4.000... Glöcke. Aber ich glaube, nicht alle sind besetzt, ne? Von unserem Zuhause... entfernt. So. Hä? Ist der hier drin gespawnt? Kommt der da durch? Okay. Nacht wird durchgeschlafen. Sehr schön. Aber dann muss ich jetzt auch... Wir sind wieder hier. Sehr schön. Ich hole den später raus. Wo war da? So. Wir sind wieder in unserem Dorf. Schön. Guti gut. Guti gut. Dann werde ich hier erstmal... Schluss machen. Feierabend machen. Wie auch immer. Ich denke mal, ich werde gleich aber nicht weitermachen. Dann aber erstmal... Ja. Ja. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Und... Ciao. Euer Drachen Morin. Bach. Hach. Vielen Dank.